Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es war ganz schön nass in der Nacht und auch heute tagsüber. Das heißt, wir haben es zum Teil mit 44 Litern pro Quadratmeter zu tun bekommen. Schneifel-Forsthaus beispielsweise in den letzten 24 Stunden. Auf dem Erbeskopf 42, Däuselbach 39, in Trier waren es 35 Liter. Und das nächste Tief, das steht schon bereit hier westlich von uns, wird dann morgen im Laufe des Tages über uns hinwegziehen. Und das heißt wieder erst einmal Regen und im Laufe des Nachmittags Schauer in dieser sehr labilen Luft. In der kommenden Nacht aber ziehen erst einmal die letzten Schauer ab, beziehungsweise fallen in sich zusammen. Dann lockert es auf. Gegen Morgen früh kommen aus Südwesten schon wieder neue Wolken dieses neuen Tiefs. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen bei Werten von meist 12 bis 15 Grad, 16 Grad in Trier. Und morgen Vormittag breitet sich dann aus Westen eine Warmfront aus. Die bringt Regen auch mal verbreiteter und Richtung Hunsrück und Westerwald kräftiger. Im Laufe des Nachmittags geht das Ganze wieder in Schauer- und Gewitterwetter über. Und der Wind wird auffrischen. Das heißt vor allem in den Hochlagen kann es gegen Spätnachmittagabend sogar einzelne Sturmböen geben. Die Temperaturen morgen Nachmittag in den trockenen Abschnitten 19 bis meist 23 Grad. Und der Wind frischt im Laufe des Nachmittags noch mehr auf, wird den ganzen Tag überspürbar sein aus südlichen Richtungen. Dann wird der Donnerstag nochmal verbreiteter Nassau bis zu 22 Grad. Häufigere auch kräftige Schauer, dazu stürmische Böen. Freitag und Samstag wird es langsam trockener.